So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Das Winter-Event ist im vollen Gange. Und am Donnerstag beginnt, glaube ich, der zweite Teil, wenn ich mich recht erinnere, wo es dann auch endlich Galaflampion als Shiny gibt. Neu eingeführt, neues Shiny in Pokémon GO. Nicht neues Pokémon, aber wenigstens neues Shiny. Grund für mich, wieder mal ein Gewinnspiel zu machen am Dienstag. Die ganze Zeit ging das ja nicht, weil Dienstag immer was anderes in die Quere gekommen ist. Wie ihr den Titel entnehmen könnt, glaube ich, ich werde es wahrscheinlich oben alles reinschreiben, gibt es heute zu gewinnen ein Weihnachtspikachu. Also mit Weihnachtsmütze als Shiny. Es gibt ein Seemobs, ein Shiny Seemobs mit Schal, das kostümierte Seemobs. Auch wenn jetzt im Januar der Seeday kommen von Seemobs und jeder hat dann Seemobs Shinies, die er auch entwickeln kann. Ist das Weihnachtsseemobs mit dem Schal einfach was Besonderes als Shiny? Wer da noch keins hat, könnte vielleicht hier eins bekommen. Und zu guter Letzt, was man ja nicht wild finden konnte, nicht so wie das Seemobs und das Pikachu, gibt es ein Weihnachts-Glaziola mit Kostüm. Heute Abend, 18 Uhr, werden wir wieder Raids für Zuschauer machen mit nochmal eben Glaziola, weil viele das doch als Shiny haben wollten mit dem Kostüm. Obwohl das eigentliche Shiny Glaziola jetzt nicht so besonders ist, sieht ja nicht anders aus. Aber die heftigen Hardcore-Spieler wollen natürlich alles mitnehmen. Es ist eigentlich wie immer. Ich sitze hier da. Dienstag mache ich dieses Gewinnspiel-Video. Euer Kommentar unter diesem Video zählt. Ihr könnt theoretisch alles drei gewinnen. Ihr könnt theoretisch auch gar nichts gewinnen. Oder halt eins. Je nachdem, was ihr braucht. Wenn ihr sagt, ihr habt schon einen Glaziola und wollt den anderen nichts wegnehmen, dann tragt ihr euch natürlich nicht für Glaziola ein. Ihr wisst, wie das abläuft. Ihr hinterlasst wieder einen Kommentar mit eurem Trainernamen, eurem Trainercode, dass ich euch zuordnen kann und dann weiß, wer ihr seid. Am besten schreibt ihr auch dazu, ob ihr alle drei schon bekommen habt oder ob ihr noch eins braucht oder welches ihr am coolsten findet. Irgendein kleiner Text ist immer ganz nett, ist aber optional, muss nicht sein. Und neben eurem Kommentar unter diesem Video, mit eurem Trainercode und eurem Trainernamen, was auf jeden Fall wichtig ist, hinterlasst ihr einen Hashtag für das entsprechende Pokémon, was ihr sucht. Achtet dabei aber auf die richtige Schreibweise. Wie gesagt, wer das Weihnachtspikachu braucht, hinterlässt bitte diesen Hashtag unter dem Video in seinem Kommentar. Achtet darauf, dass ihr wirklich alles in einen Kommentar packt und nicht einen Kommentar mit Trainernamen, einen Kommentar mit Trainercode, einen Kommentar mit dem Hashtag. Das wird euch nur zum Verhängnis irgendwann. Wer also immer noch keinen Weihnachtspikachu hat, obwohl das jetzt schon zehn Jahre überall gesessen hat und irgendwie gefühlt jedes Jahr wiederkommt, außer sie machen ein anderes. Wer das noch braucht, packt diesen Hashtag in euren Kommentar mit rein, dann könnt ihr das Weihnachtspikachu gewinnen. Wer sagt, er hat keinen Seemobs bekommen mit dem Schal? Kein Problem. Packt diesen Hashtag in euren Kommentar mit rein, dann habt ihr die Chance auf Seemobs. Ihr könnt natürlich, wie gesagt, beide Hashtags verwenden, dann habt ihr die Chance auf beides, sozusagen. Und, wer sagt, die waren alle wild, die habe ich so bekommen, aber ich habe es nicht eingesehen für Glaciola-Raid-Passe auszugeben, der packt diesen Hashtag in seinen Kommentar und hat die Chance damit auf ein shiny Glaciola mit Weihnachtskostüm. Das Ganze wird wieder ausgelost am Montag bei Chill mit Ramses im Livestream. Der beginnt 20 Uhr. Ich versuche eigentlich immer Montags 20 Uhr Chill mit Ramses zu machen. Das ist unser Stammtisch, da sitzen wir zusammen, haben eine gemütliche Zeit. Gegen 21 Uhr ist dann immer die Verlosung, Auslosung vom aktuellen Gewinnspiel. Ihr müsst dazu auch anwesend sein, dass ihr, wenn ihr gezogen werdet, in dem Moment im Chat sagen könnt, jo, ihr seid da hin und her, weil wir müssen uns auch absprechen. Ihr müsst mir dann Bescheid geben, wo ihr mich dann anschreibt, wegen eurer Gewinnabholung. Das ist wichtig, da wir es eben schon hatten, dass man jemanden gezogen hat. Nächsten Tag hatte ich dann frühst eine Nachricht von einem. Der hat sich einfach ein Instagram-Konto gemacht, hat sich den Namen gegeben von dem Gewinner, hat den Gewinn abgeholt und nachmittags hat dann einer geschrieben, jo, ich habe gestern gesehen, ich habe gewonnen, ja, hier bin ich. Und ich dachte, hä, ich denke, du warst gestern schon da. Also, ja, das ist ein bisschen Otto geworden, die Leute. Ihr habt also die Möglichkeit, wie immer, schreibt einen Kommentar unter dieses Video, schreibt euren Trainernamen rein, schreibt euren Trainer-Code dazu, gebt die Hashtags an von den Pokémon, die ihr braucht. Wenn ihr alle drei braucht, dann macht halt drei Hashtags rein. Es wird in der Reihenfolge gezogen, wie die Pokémon hier gezeigt werden. Das heißt, als allererstes wird das Pikachu weggegeben. Wenn ihr also beim Pikachu gezogen werdet und ein Pikachu in eurem Hashtag, dann werdet ihr dieses bekommen. Bisher hat jeder alles bekommen. Die letzten sechs Sachen, die ausstanden, sind fast abgeschlossen. Einen habe ich noch, dem muss ich noch was rüber traden, dann bin ich damit auch durch. Als es Panflam und Plinfa und was weiß ich noch alles mit Mütze gab, mit Weißer und Roter. Also, ich verarsch da kein, da könnt ihr wirklich gewinnen. Und als erstes also Pikachu, als zweites dann Seemobs, als drittes Glaciola. In dieser Reihenfolge werden wir ziehen. Wundert euch nicht, die meisten werden wahrscheinlich erst am Montagabend 20.50 Uhr auf das Gewinnspiel aufmerksam werden durch den Stream. Fragen dann wieder, was, wie kann man da mitmachen, was ist das hin und her, keine Ahnung. Je weniger da mitmachen, desto mehr Chancen für euch. Ich werde das auch jetzt nur einmal hier sagen und die Woche nicht mehr davon reden. Wer aufmerksam den Kanal verfolgt, der soll belohnt werden und nicht, wer halt dann immer abstaubt oder sonst was. Das war es jetzt eigentlich von meiner Seite aus. Ich rede schon wieder viel zu lang. Ich wollte das in ein ganz kurzes Video machen. Wer die Hashtags sich nicht gemerkt hat, spurt zurück, achtet auf die richtige Schreibweise der Hashtags. Und vergesst das Hashtag-Symbol nicht, sonst ist es kein Hashtag. Ansonsten viel Erfolg. Wir sehen uns am Montag, denke ich mal. Das ist dann auch schon nach den Feiertagen. Und je nachdem, wie es läuft mit Gala Flampion Shiny, vielleicht haben wir sogar da nächsten Dienstag, ein Gala Flampion Shiny Gewinnspiel oder noch was anderes. Je nachdem. Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und wer noch Shiny Glaciola selber reden möchte, Bock drauf hat, schaut heute Abend 18 Uhr vorbei. Ciao.